Hallo, herzlich willkommen zur ersten Vorlesung über die ältesten Skulpturen der Menschheit. Die Steinzeit, mit der wir es hier zu tun haben, lässt sich in drei Epochen unterteilen, nämlich einmal in die Altsteinzeit, die von etwa 600.000 bis 10.000 v. Chr. dauerte, dann die Mittelsteinzeit von 10.000 bis 8.000 v. Chr. und das sogenannte Neolithikum oder die Jungsteinzeit von 8.000 bis etwa 3.000 v. Chr. Die menschliche Entwicklung begann etwa zwei Millionen Jahre zuvor in Ostenzentralafrikas mit der Entwicklung von Techniken, die den Menschen befähigten, seinen Lebensraum zu erweitern und zu beherrschen. Die ersten Werkzeuge aus abgekanteten Kieselsteinen wurden von einem menschlichen Wesen, dem Homo habilis, gefertigt. Nach dem Homo habilis kommt etwa um 450.000 v. Chr. der Homo erectus, der dann wiederum etwa von 100.000 bis 35.000 v. Chr. vom Neandertaler abgelöst wird, von dem es auch hier in Deutschland Funde gibt, wie den Unterkiefer des Homo heidelbergensis oder des Menschenfundes von Mauer. Der Neandertaler wird dann wiederum um 35.000 herum vom Homo sapiens, sapiens abgelöst. Aber man nimmt heute an, dass beide Arten eine Weile nebeneinander lebten. Das Interessante ist, dass wir vom Neandertaler keine Hinweise auf den Gebrauch von Kunst haben. Wir kennen zwar Totenkulte und Bestattungsrieten, aber wir haben keine Kunstwerke. Das heißt, die frühesten Kunstwerke, die wir kennen, sind die Elfenbeinskulpturen von der Schwäbischen Alb, also aus dem Lohnetal und aus dem Aachtal. Im Prinzip gab es vier Höhlen, in denen man Elfenbeinfunde gefunden hat. Das waren im Lohnetal die Vogelherdhöhle und der Hohlensteinstadel, im Aachtal der Hohlefels und das Geißenklösterle. In der Vogelherdhöhle hat man dieses wunderschöne kleine Elfenbeinmammut gefunden, das sich heute in Tübingen in der Sammlung der Universität auf dem Schloss befindet und auch dieses schöne kleine Wildpferd. Aus der Hohlensteinstadelhöhle stammt dagegen dieser wunderbare 28 cm große Elfenbeinlöwenmensch, der einen menschlichen Körper hat, aber eben einen Löwenschädel und so ein Mischwesen ist zwischen Tier und Mensch. Die Geschichte dieses Löwenmenschen ist ziemlich abenteuerlich und lang. Über 50 Jahre lang hat man versucht, Teile an diese Figur anzufügen. Man hat nochmal nachgegraben 2012 und hat dabei wichtige Teile nochmal entdeckt im Abraum der alten Grabungen, sodass seit 2013 eine neu restaurierte Fassung zu sehen ist, die sehr gut klar macht, was für eine wunderbare, muskulöse und kräftige Figur dieser Löwenmensch ist. Alle diese Funde von der Schwäbischen Alb sind etwa lange Zeit um 32.000 v. Chr. datiert worden, also ziemlich zeitgleich zu den Malereien in der Chouvet-Höhle, in der Aradetsch, über die wir in der nächsten Sitzung sprechen werden. Allerdings hat man jetzt bei Nachgrabungen in dem Hohlefelds vor einigen Jahren ein kleines 6 cm großes Elfenbeinfigürchen gefunden, und zwar ein weibliches Fruchtbarkeitsidol. Eine Figur mit großen Brüsten, einer ausgeprägt dargestellten Vulva, einem Bauchnabel, aber verkümmerten Beinen und keinem Kopf. Statt dem Kopf wurde oben, sehr sorgfältig aus dem Elfenbein, eine Öse herausgeschnitzt. Sie müssen sich vorstellen, das ist sehr kunstvoll. Es ist sehr schwierig, mit einem Steinwerkzeug so eine Öse herauszupräparieren, ohne sie zu beschädigen. Und daraus kann man schließen, dass diese kleine Amulettfigur an einem Band wahrscheinlich um den Hals getragen wurde, als ein Schmuckstück oder auch als ein apotropäisches, also unheilabwehrendes, symbolisches Objekt. Diese weiblichen Fruchtbarkeitsidole sind seltsamerweise sehr verbreitet in ganz Europa. Man findet sie in Russland, in Bulgarien, in der Tschechoslowakei, man findet sie in Deutschland, in Frankreich und auch in Spanien. Und auch über einen sehr großen Zeitraum. Also die älteste Figur, eben dieses kleine Amulett aus dem Hohenfels, wird aufgrund der Fundschicht etwa in den Zeitraum bis zu 40.000 v. Chr. datiert. Und es ist damit die älteste figürliche Darstellung der Welt überhaupt, die man bisher gefunden hat. Aber diese weiblichen Fruchtbarkeitsidole mit abstrahierten Darstellungen von Frauen, mit großen Brüsten, dickem Gesäß und großem Bauch, findet man auch noch in Chattalhöyig, 6.000 v. Chr. oder auch in Kreta zeitgleich. Also dieser Fruchtbarkeitskult muss sehr lange in Europa, also wenn man das mal abzieht, also fast 25.000 Jahre Bestand gehabt haben. Die Funde aus der Schwäbischen Alb sind jedoch nicht die ältesten Artefakte, die man gefunden hat. Denn in der Blombos-Höhle in Kapstadt, bei Kapstadt, sind vor einigen Jahren zwei sehr interessante Funde gemacht worden. Einmal hat man einen kleinen Ockerstein gefunden, der an der Seite ein regelmäßig diagonal geschraffiertes Muster besaß und das auch noch waagrecht angelegt wurde. Dieser Ockerstein lag in einer Fundschicht, die auf die Zeit 77.000 bis 80.000 v. Chr. datiert wurde. Also hier haben wir es bei diesem Ockerstein ganz klar mit einer absichtlich angelegten Dekoration und einem Muster zu tun, von dem wir nicht wissen, ob das nur eine Verzierung war oder ob das eine weitergehende Bedeutung hatte. Ein paar Jahre später, nämlich 2008, machte man in der Blombos-Höhle einen noch viel sensationelleren Fund und das ist eigentlich bis heute wirklich ein echter Hammer. Und zwar hat man in einer Schicht, die auf 100.000 v. Chr. datiert, also nochmal fast 20.000 Jahre mehr als der Ockerstein, zwei Avalonemuscheln gefunden, zusammen mit einem großen, runden Mahlstein mit zwei kleinen Knochenstücken, die als Spatel verwendet wurden und angerührten Ockerpigment in dieser Muschel. Und man hat auch das Schulterstück einer jungen Robbe gefunden, bei der durch erhitzendes Fett ausgelöst worden ist. Dieser Fund ist insofern sensationell, da wir hier wahrscheinlich die älteste Palette der Welt gefunden haben und das ist mit Abstand das älteste Beweisstück dafür, dass es schon 100.000 v. Chr. Künstler und Maler gab. Denn ein angerührtes Ockerpigment in einer Muschelschale gibt für den Überlebenskampf keinen Sinn, denn man kann dieses Pigment nicht zu sich nehmen. Das Pigment macht nur dann Sinn, wenn man es irgendwo aufmalt. Also es heißt, dass man es auf die Felswand malt oder auf dem Körper aufträgt oder sonst wo. Das heißt, wir haben hier zum ersten Mal 100.000 v. Chr. den klaren Beweis, dass es damals schon Künstler gab, die mit Farbe umgegangen sind, die auch ein relativ gutes chemisches Wissen hatten, die also wussten, wie man mit Hitze Fett flüssig macht, wie man das wieder mit Pigment anrührt und wie man dieses angerührte Farbe dann weiter verwendet. Das gesagt, wir sehen uns im nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020